Ab in Bunga. Dann hier rüber. Dann über das U-Boot. Und dann siehst du da ist so ein Rohr im Wasser. Ah ok. Da musst du durchschwimmen. So ein bisschen hoch, runter, rechts, links. Dann hier hoch und dann musst du springen. Ok. Und dann gehst du jetzt da links rüber. Hier hier links und dann geht die Türe auf. Ach das war's. Mehr ist das nicht. Tempo ist geschützt, halbautomatisch. Ich muss mal eben testen. Ok. Das ist wohl die neue Sniper. Hier kannst du einen Mörserschlag haben. Was ist das hier? Du hast da hingeschmitten? Was? Wo? Hier. Das hier. Das? Ach so, weiß ich. Das hier. Dieser Coin. Ja. Hier gibt es so Spielautomaten. Da kannst du den reinschmeißen. Dann kriegst du da Waffen raus. Oder so eine Scheiße. Also, oder Luftschläge. Der wirft irgendwas raus. Hier Väter. Das ist mein Stammplatz. Ja, zeig dir mal wo man da sitzt. Ja, da war ich eben im Auto raus. Wie hat man das? Haben sich aber zwei Camper gefunden. Direkt den gleichen Platz. Hier ihr Camper. Ich hab Plattenkiste. Oh, ja. Oh, ja. Da ist doch was Panzerung. Irgendwann mal irgendwas. Wie ist denn da in der Zone? Ja, vielleicht geht die Zone ja wieder mit uns. Die Sniper, die ich jetzt habe, habe ich noch nicht gespielt. Weil die wohl neu ist. Oh, ne Claymore. Hier ist, äh, ich hab nochmal Wiederbelebung für jemanden. Ja, bist du denn da schon wieder am Fressen? Frikadelle. Bonbons. Der eine Frikadelle, der andere Bonbons. Junge, hier nur Fettsäcke hier. Naja. Hast du wieder bei den Bonn, Peter? Ne. Wer ist denn am Fighten? Junior, du? Nein. Achso, da bist du. Ach, ich hab zweimal Wiederbelebung. Gegner, Gegner, Gegner. Ich komm. Ich schmeiß dir noch Wiederbelebung hin. Hab ich, hab ich, hab ich. Also. An der Treppe? Oder gegenüber? Ah, ich hab gesehen. Oben an der Treppe. Hat ein paar Hits gekriegt. Sie dürfen diese Daten nicht bergen. Ich weiß nicht, ob der hochgegangen ist oder der runtergelaufen ist. Ist das wieder laggy, ne? Scheiße hier. Der liegt da. Ja. Erzieher ein Claymore in diesem Sektor. Heil dich. Ich bin dabei. Und dann weiter zurück. Und dann zieh dich. Ja genau. Erzieher eine Claymore. Wir rennen hier einfach in den Bunker ran. Alleine ist das. Ist egal. Ja ist egal. Ich hab hier ne Claymore hingemacht. Die kommen. Ich hör das. Was? Ach, das ist anders. Die kassieren gerade gut. Ja, ja. Ich bin einfach mit vor. Nein, die versuchen zu pushen. Ja? Ja, ja. Ich geh hoch. Oh oh. Ja, ich bin jetzt hochgegangen. Das gab näher nicht dir. Nur nur die sehen der Nähler. Pass auf. Ja, aber ich hab... Ihr seht der Laser ja auch. Sag, wenn die kommen. Also wenn ihr merkt, dass sie kommen. Ach, was ist jetzt gegangen? Soll mal hier rein? Das Team ist in der Sicherheitszone. Soll mal schön hier reinkommen. Sind sie jetzt abgehauen oder? Ich weiß nicht. Ich bin oben. Ich hab Angst. Ich bin jetzt auch nicht ganz weit weg. Anscheinend, ja. Hä? Sind sie dumm? Warum machen die in der ersten Welle und hauen dann ab? Ja, anscheinend sind sie abgehauen. Verstehe ich nicht. Die haben seine Hits gesehen und dann sind sie abgehauen. Ja, ich hab die gut. Die haben gut kassiert. Ja, das hab die auch gut getroffen. Ja, das hab die auch gut getroffen. Die decken ein bisschen mehr voll, dass du das Ende schau mal die war. Oh, hier ist jemand gestorben, weil hier Waffen rumliegen. Und eine schöne Claymore Annäherungsmine dahin gelegt. Ich hab Munitionskichte. Ich werb die in. Ja. Die erste Abhängstation ist jetzt offline. Wir haben die Chance auf die Daten verpasst. Ich glaube, wir können wieder unten bleiben. Schon verkauf aktiv. Vorratsstation reise angepasst. Glaub ich. Mein Gott, warum springt? Wo läuft denn mein Manneken hier nicht? Dein Manneken. Ja, wir können unten bleiben. Wir müssen nicht hoch. Wir müssen nur gucken, ob ihr Huchensöhne irgendwo. Ihr Unwesen treiben. Feindliche Drohne aktiv. Ja, ich kann mich wieder selber heilen. Oh, Annäherungsmine. Das ist meine beste. Ach so, hast du Wiederbelebung? Ja, hab ich grad wiedergefunden. Ja, ich hab zwei Mal nämlich noch. Immer. Dann kannst du mir geben. Nein, das Wiederauferstehungsfenster schließt sich. Danke. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Das Gas kommt. Hm. Voll geil. Die Zone wieder. Dahinten wird geschossen. Dahinten wird geschossen. Dahinten wird geschossen. Fahrzeug markiert. Drücke vor. Begebt euch jetzt zur Sicherheitszone. Don't. Ich hole da noch ein bisschen von hinten zwischendurch mal. Schuss verkauft beendet. Alle Preise wieder normal. Ich sehe da keinen. Lass mal schön langsam gehen. Ja, ich snipe ja immer rein. Ich hab ja Sniper. Über mir ist immer gestorben. Glaube ich. War ein Schrei. Hinten kommt glaube ich auch keiner mehr. Hier sind wir ja schön in der Zone. Ehrlich. Ja, ja, da sind wir jetzt ja. Hab ich gesehen. Einer down. Zwei down. Ich weiß nicht ob der jetzt tot ist. Ja, einen hab ich geholt. Ne, da war. Ja, 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 ja. Aber wo ist Nummer drei? Also da bist du. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Oh, Waffe gefällt mir. Da sind Gegner. Wo, 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 wo. Hab ich down? Hab ich. Warte, ich mach fertig. Immerhin redet ihr. Das muss ich sagen. Besser lieber. Da sind Gegner als wie gar nichts zu sagen. Wirklich. Ja, ja. Vor uns bestimmt noch mehr, ne? Ah, im Wasser. Der hat nen Pelz gekriegt von mir. Der ist im Wasser am Schillen. Da sind mehrere da, wa? Ich lag grad nach. Warte mal kurz. Warum? Warte mal. Ja. Verbündete Aufklärung. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Weil dann sehen wir die ja, wo die sind. Im Wasser beim Peter muss einer sein. Glaub ich. Nein. Nein, nein, nein. Ich hab verguckt. Ja, der ist irgendwo hoch oder so, ne? Wir müssen auch hier raus. Wir müssen raus. Juni, du musst, äh, Viereck gedruckt halten, glaube ich. Du stirbst gerade. Oh! Oh Gott. Wo war denn die raus? Äh, hi, Anime. Hier, wo ich jetzt, äh, noch nicht. Ach, ich nur hier rum, gleich. Ich weiß es nicht. Also ich kenn, äh... Ich komm gerade. User says sorry, dass ich bisschen zu spät gekommen bin. Also musste ich auch nicht für entschuldigen. Ist ja Quatsch. Überlegt ihr das? Ja. Das war höchste Eisenbahn. Oh, vor uns läuft einer. Auf der Straße. Ja, ist falsch. Angriff erfolgt. Erstmal hier ist Zone. Hier ist gut. Lass mal ins Haus. Da, 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 da. Hab den? Ne, ja, hier ist aber im Haus sind alle. Im Haus sind ja alle ist das Problem. User says, ja, du hast ihn. Hä? Ja. Ich bin im Haus. Zur Treppe. Ja, wir laufen gerade schon mal Richtung Zone nämlich. Oh, 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 hier ist gut, hier ist gut. Und jetzt hier den Berg hoch, dann haben wir eigentlich... Ja, jetzt sind beide. Die sind alle unten. Einer legt. Ja, ja, wir haben gute Pussy. Einer fliegt. Am Haus. User says auf dem Dach. Oh, 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 oh. Lass hierbleiben, lass hierbleiben. Geh ein bisschen Deckung, Peter. Ja, ja, das kommt jetzt los. Der ist down. Den hab ich, den hab ich den Hund. So liegen wir schnell. Nein, 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 nein. Ach so, doch. Die müssen irgendwo am Haus sein. Die müssen am Haus sein. Da ist er. Der ist down. Leider auf der Straße. Der muss sich auf der Straße irgendwo rumrennen. Aktiviere Mine. Der muss sich. Der da. Ab drin, Berlin. Aber noch jemand muss leben. Da. Aua. Geil. Da war's. Da. Dr. Brian Lynch. Ja, danke mir. Geil. Da, man.